Hallihallo, hier bin ich wieder zurück, euer Korazugo in Vampyr. Mir ist mal aufgefallen, ich brauche kein Trinkblut. Ich kann nicht innen. Da war ja was, ne? So. So, nehmen wir alles schön mit. Ne, der Fall zeigt jetzt da hin. Da ist der Fall. Äh. Okay, eine Skull-Kneipe. Ah, alles klar. Wenn man denkt, man hat alles in der Welt gesehen, dann sieht man sowas. Enter at your own risk. Achso. Achso, jetzt geht's da hin lang. Okay. So. Alles klar. Damit kommen wir wahrscheinlich raus, dass es dann keine Station ist. Wir könnten einmal mit Hemden nochmal reden. Und dann mit der netten Dame, die ihr Geld verlor oder bestohlen wurde. Und dann hatten wir ja noch einen anderen Nebenquest rauszufinden, warum er da unten keine Station ist. Aber ich denke mal, den Tipp werden wir vielleicht nicht unbedingt oben finden. Wobei, er wird gejagt. So viel wissen wir. Wir könnten mal die Gangster sozusagen, äh, der Docks befragen. Obst du irgend von ihm wissen, dass du den jagen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ähm. Okay. Jetzt bin ich hier. Was ich jetzt auch ganz gut gebrauchen könnte, wäre irgendwas zum Aussaugen. Nur mal so als Hinweis. Äh. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Sehr einladende Inneneinrichtung, muss ich schon mal sagen. Ah. Was ist das schon? Ich bin zurück, Dr. Reed. Würdest du jetzt die Gemeinde mit mir nehmen? Sean. Hörst du rauere Fleisch? Es ist die rauere Fleisch des mordlichen Lamm. Unser Herr für die Transmutation für die Zerstörung ihrer Glauben. Okay. Danke, Herr Herr. Ich bin dein sehr schmerzter Serviet. So. Statt zu deinen Worten. Du hast mich erwartet für meinen Rückgang. Ich sagte, Dr. Reed, ich war ein Mann, der sich zu vertraut. Hast du Worte mit dem pferd Harrius gehabt? Ah. Sie beschützen Sterbliche und Skulls. Sie sind ganz schön mutig. Ich bin ein Mensch, der sich zu vertraut. Ich bin ein Mensch, der sich zu vertraut. Du hast keine Worte zwischen der Glauben und Skulls. Du hast keine Worte zwischen der Glauben und der Glauben? Wir sind die Kinder Gottes, Dr. Reed. Wir sind alle. Und er ist bereit, um uns zu retten zu retten. Ah. Was wird das Ergebnis, wenn du weiterglaubst mit der Glauben und der Glauben und der Glauben? Für die letzten Jahre ist das passiert. Und sie haben eine bessere Leben gefunden. Was wird ändern? Du hast die Epidemie vergessen. Die Dinge können sehr schnell gehen. Ich habe es gesehen. Es sind die Worte zu retten. Nur die Püren von Herz werden die Glauben und die Glauben werden. Ah. Harriet. Frau Jones hat sich in eine sehr schreckliche Weise gestern. Sie braucht eine besondere Beziehung. Das ist genau das Grund, warum ich sie hier bringe, um die alte Bridget zu treffen. Sie ist die Leute, die Harriet braucht. Wer ist diese alte Bridget? Ich weiß nicht, Herr Dr. Sie gar nicht spricht über die Vergangenheit, aber ich weiß, dass sie eine lange Zeit hat. Sie ist wahrscheinlich die größte Frau in der Stadt. Ja. Was bedeutet das? Wir haben uns mit Gottes Eternität gespürt. Wir sind die Instrumente der Gottes Willen. Wir werden uns die Höhlen immer und immer bewegen. Amen. Ich kann ihn gar nicht anfangen. Wir sind die Höhlen. Wir sind die Höhlen. Diese Höhlen? Sie wissen, dass der Höhlen niemals zufrieden wird. Ich habe es geschafft, um die Erlösung zu retten. Ich habe mich auf die Höhlen des Todes. Es ist jetzt mein Höhlen. Geh, sieh. Das ist mein Körper. So sage es, der Herr. Der Herr könnte doch etwas anstellen. Das würde aber... Und eine Gestaltung wahrscheinlich für Ärger sorgen. Aber früher der Skulls da unten können wir nicht gebrauchen. Ihn zu verschonen könnte aber genauso bedeuten, dass die Skulls immer ein Wild wären. Ich bin ein zu guter Mensch. Papier? Wie auch immer. Ich glaube, dass du so. In Wahrheit... Ich liebe die Friede, die du gefunden hast. Und es erinnern wir. Es gibt Liebe und Kompassion in deinem Herz. Du musst nur den Wings geben. Danke für deine sehr verehrte Worte, Herr Schoen. Continue deine noble efforts. Du bist ein guter Mensch, in schlechten Zeiten. Keep to the Light, mein Freund. Like all my flock, du hast hier ein Haus. Ich will mich auf jeden Fall nehmen. Ich will mich auf jeden Fall nehmen. Ich will mich auf jeden Fall nehmen. Oh, Bandstufe. Viel geschlagen. Warum viel geschlagen? Äh. Okay. Warum haben wir viel geschlagen? Hm. So, ist das Versteckspiel? Hier. Genau. Sie müssen wir jetzt finden. Zwei, die wir ausgesaugt haben. Das ist mit der Blindenschrift. Hm. Keine Ahnung, was jetzt hier das Problem sein soll. Aber okay. Gut. Ich habe schon irgendwo hier am Punkt gesetzt. Ich sitze doch gar keine Bock da. So. Nie, das mal. Da geht's raus. Huch. Huch. Ein anderer Körper, die in den Straßen getrunken hat. Jemand spielt ein sehr süßes Spiel. Äh. Okay. Stimmt, da liegt irgendwas. Ein Broschel? Was? Das ist meine Mutter. Ein Geburtstag vom Vater. Was? Ist da irgendwas auf der Brust noch? Ein Portemonnaie? 29, pretty Orchard Street. Das ist nahe Poplar's District. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Huh? Gibt mir noch nicht die Dame? Good evening. Good evening, Miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream. And there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No. I told you, just that awful woman scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen around here before. Hmm. Okay. You want to be kidding me, is there? What can you tell me about this place? How are things? It may be okay for a strong girl like me. But a dandy doctor from the city like yourself. Better watch your back, Mr. Reed. Huh. You really think I should go back to a safer place? No. I think you would better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Hmm. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks. The jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidate. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Hmm. Wenn sie wüsste. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hamptons night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Okay. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton. The sad saint of the East End. He gave me shelter. And he is not always sad. Hmm. Gut. Goodbye, Miss Paxton. Und dann nun zu ihrer Schwester. Äh, ihnen ihr Geld zurückgeben. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it. Did you find the money, too? Ja. Here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Oh, what a cliche. I'm... I'm... Well... Thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Chillingham. Her son, Jack, was a friend of mine. He was killed recently. Um... Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist peak... Is one of the four men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Oh. Okay. I know you were friends with Miss Chillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the wet boot boys and members of the trade union. The murder. That's a curse. Tja, wer hat ihn denn getötet? Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Huh. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Okay, das bringt jetzt nicht weiter. Gut, der hat auch nichts gesehen. Was war ein Frauenschrei, der jetzt hören war? Vielleicht weiß er ja was. Vielleicht schreit er ja wie ein Mädchen. Dr. Reed. Kann ich mit einer Unterstützung sein? Habt ihr noch etwas zuvor verstanden? Ach, ständig immer diese Fragen. Habt ihr gesehen, was mit ihm passiert? Eigentlich, ja. Er wurde von der Ruf, wie ein Volga-Log. Was? Da hast du nicht so unrecht. Warum ist es, dass du so Angst hast? Du siehst es nicht. Er war tot, bevor er den Boden nahm. Die Kraft braucht, um so etwas zu tun. Es begleitet die Hoffnung. Hm, okay. Tschüss. Und gute Hütung, Herr Throckmorton. Er war vom Dach. Kommen wir aufs Dach rauf, ist die Frage. Aber Leute, ich würde sagen, das filmen wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, die Folge wieder fällt. Falls ihr ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Da würde mich riesig befreuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.